Und Action! Das wurde heute Morgen abgegeben. Gehört ganz sicherlich zu eurem Fund. Keine Benzin- oder Öl-Inkontinenz. Ansonsten auch ein schmuckes Teilchen, muss ich sagen. Äußerlich keine Verletzungen. Aber ich tippe auf Harz-Motoros-Virus. Diesen Virus, den alle Maschinen kriegen, die alle am Harz waren, wollen immer wieder zurück. Heilungschance gleich Null, würde ich sagen. Ich schicke euch die Ergebnisse nicht untersuchen. Prof. Dr. Dr. Goldor, schon wieder Telefon nach für Sie. Ja, ich komme. Ja, ich komme.